Okay, wir rechnen mal eine Klausuraufgabe, nämlich folgende. Wir haben hier eine Mengengleichheit gegeben. Wir wissen noch gar nicht so genau, ob die Mengen gleich sind. A geschnitten, B ohne C ist gleich oder soll gleich sein. A geschnitten, B in Klammern ohne C. Das ist die Frage, ist das das Gleiche? Und das sollen wir mit Mengendiagrammen machen. Wisst ihr, wie man da anfängt, was man als erstes zeichnet? Drei Kreise, die sich überlappen. Sehr gut, Linux, Unix, Gamer. Ich nenne dich auch nur noch Linux. Okay, ich erfinde jetzt Spitznamen für euch. Das sind meine persönlichen Spitznamen an euch. Linux. Okay, Ali. A und B und C als Mengenkreise zeichnen. Genau, das machen wir mal. Ja, das machen wir mal. Also, und zwar erstmal für die linke Seite. Okay, erstmal für die linke Seite. Na, jetzt habe ich mich gleich vergezeichnet hier. Ah, da kann man doch hier auch so Kreise gleich zeichnen, oder? Ah, super Kreise. Ja, das ist mehr ein Oval, ist auch okay. Eine Ellipse, kein Oval, oh Gott. Okay. So. Und das hier ist A, B und C. So, was machen wir als erstes? Auf der linken Seite. Wir machen jetzt das einmal für die linke Seite und einmal für die rechte Seite und gucken, ob das gleiche rauskommt. Okay, wenn das gleiche rauskommt, sind die beiden Mengen gleich, ansonsten sind sie nicht gleich. Ganz easy. Okay. Also, los geht's. Was müssen wir auf der linken Seite als erstes machen? Okay. Menge Differenz von B und C. Genau, B ohne C markieren. Robby van Robsen. Robby, ich würde A komplett ausmalen. Ja, das könnte man auch als erstes machen. Also, entweder A oder B ohne C. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen vielleicht das, was die anderen gesagt haben. B ohne C, weil das in Klammern ist. Das weist darauf hin, dass man das vielleicht als erstes machen sollte. Okay. B ohne C. Ich male das mal aus. Das könnte jetzt mir schwierig kommunizieren. Ich mache das einfach mal. So. Ich schraffiere das hier mal irgendwie. Vielleicht rot. Also, wir machen das B ohne C. Und ich markiere das hier oben rot, damit wir wissen, was das ist. B ohne C ist das hier. B ohne C. Okay. Und jetzt A geschnitten das. Können wir gleich machen. Brauchen wir A nicht markieren. Also, was ist dann A geschnitten, B ohne C? Das ist natürlich die Schnittmenge von A auf der einen Seite und B ohne C auf der anderen. Das heißt, die komplette Menge A geschnitten mit der roten Menge und schneiden heißt, die Überlappung, die muss markiert werden und das ist diese hier. Das ist A geschnitten, A geschnitten, B ohne C. So, und auf der rechten Seite machen wir das gleiche nochmal. Schauen wir mal, was da rauskommt. A, B, C. Okay. So. Was machen wir hier als erstes? Zuerst A und B, genau. Also, A und B. Du hast gerade die aussagenlogische äquivalente Beschreibung gewählt. Kann man sagen, genau. Aber in diesem Fall sind es Mengenoperationen. Also, würde ich sagen, A geschnitten, B. A geschnitten, B markieren wir. Genau, das machen wir jetzt vielleicht mal in einer anderen, auch in rot vielleicht. A geschnitten, B machen wir diesmal rot. Und das ist natürlich das hier. So, ne? Genau. A geschnitten, B ist rot. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal ohne C. Also, die rote Menge ohne C. Und das ist das hier. Das blau markierte. So, und jetzt schaut mal die linke und die rechte Seite an. Sind die gleich oder nicht gleich? Die Endmengen sozusagen auf beiden Seiten. Die blau geschraffierten Flächen. Das sind die gleichen Mengen. Okay. Das sind die gleichen Mengen. Also, gleich. Super, genau. So, die sind gleich. Also, die beiden Mengen sind gleich. Punkt. Linux. Bin jetzt unsicher, aber könnte man so etwas auch mittels vollständiger Induktion nachweisen? Ich denke nicht. Vollständige Induktion benutzt man bei Aussagen über den natürlichen Zahlen. Ne? Ne? Bei Aussagen über den natürlichen Zahlen. Und hier habe ich keine natürlichen Zahlen. Ich habe irgendwelche Mengen. Das könnten auch Mengen von geometrischen Figuren oder sowas sein. Das müssen keine natürlichen Zahlen sein. Also, sobald ich etwas für alle N aus N beweisen soll, dann könnte das für einen vollständigen Induktionsbeweis sprechen. Nein. Ali. Ist sehr schwer, glaube ich, weil du keinen Anfang hast. Ja, genau. Also, man hat keinen Induktionsanfang oder so. Man kann nicht bei null beginnen. Man hat keine natürlichen Zahlen. Keine Aussage über natürliche Zahlen. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.